Hallo, ich bin die Patricia und ich bin jetzt hier auf der Gran Bia in Madrid. Die Straße hier ist immer voller Clubs, Bars und immer voller Leute, tagsüber und auch nachts, also wirklich zu jeder Uhrzeit. Und vor einem Jahr bin ich hierher gezogen, im Januar 2021, und habe hier in Madrid ein Praktikum angefangen als Key Account Manager für Österreich und Schweiz. Und wurde dann tatsächlich auch nach sechs Monaten hier übernommen. Und genau, seitdem arbeite ich hier, bin immer noch total glücklich, hier sein zu dürfen und diese Experience zu machen. Und ja, Madrid ist wirklich richtig cool, sehr international, sehr viel Leben, immer ist was los, immer gibt es was zu erzählen. Genau, ich kann es euch hier wirklich nur empfehlen.